Kfz-Tarifrunde 2021 Liebe Kollegen und Kollegen, wir sagen es ganz deutlich, wir haben in der Zeit 100% Leistung erbracht, wir haben mit Maske und Abstand gearbeitet, wir haben Stunden reduziert, wir haben Kurzarbeit gemacht und wir haben uns flexibel der Auftragslage angepasst. Das muss sich auszahlen. 4% für 12 Monate ist gut begründet und ist gerechtfertigt. Wir sagen ganz klar, diese Forderung ist angemessen und dafür werden wir an der Seite der IG Metall kämpfen. Wir haben viele Kollegen und Kolleginnen, die ihre Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen müssen und auch Kollegen, die wirklich hart reinknüppeln. Für diese und für alle anderen fordern wir die Möglichkeit, Geld in Zeit umzuwandeln. Außerdem wollen wir die Ausbildungsqualität steigern. Dafür brauchen wir mehr qualifizierte Ausbilder, modernere Ausbildungskonzepte, um die Fachkräfte für morgen schon heute zu gewinnen. Ausbildungsqualität fürs대ven. Ein Bildung. Das ist in der Durchsicht auf den grossen Teil des Bahrain. Vielen Dank.